Erinnern Sie sich, dass man mal versuchte, Briefe auf Mikrofilm zu fotografieren, damit eine einzige Brieftaube mehr als 10.000 Briefe transportieren konnte? Ja, klar, ich habe ja selbst Tauben gezüchtet als Junge. Aber was glauben Sie, was ich damals für eine ulkige Brieftaube hatte? Ach so, so. Wissen Sie, wie das Bier flog? Immer rund und rund im Kreise, den ganzen Tag lang. Es hatte von Vaters Whisky gesoffen. Tatsache.